Geil. Voll gute 22 jetzt. WTF. Ja, ist cool, ne? Ja, ist die Stark, die Trainerin? Ne, die hat Torheide und Visor. Also hast du Pflanz-Pokémon oder irgendwas? Elektron? Ne, ne? Okay, viel Spaß. Aber das ist ein Wasser-Pokémon, also von daher ist das alles gut. Alles easy, ey. So, ja, reicht Level 13. Ja, ich weiß, du bist ein Wasser-Attack, Leute, aber der kriegt da dauerhaft Schaden von. Ich warte aber noch auf dich. Ich mach den nächsten Trainer und wenn du fertig bist, dann gehen wir zusammen in Zubo-Gas. Hand in Hand in Zubo-Gas. Die nächste Trainerin hat Zick-Zacks. Wow. Wow, so amazing. So Zick-Zacks. Das macht mir jetzt ein bisschen Angst. Ja, Zick-Zacks ist ganz schön schwierig. Und nicht mal Galat-Zick-Zack, ne? Nicht mal das. Ja, einfach ein normales Vanilla-Zick-Zack. Ja, es wäre lustig, wenn es ein Galat-Zick-Zack wäre. Haha, witzig. Hahaha. Das Buch. Komm her. Los, schlepp ihn weg. Hä? Weg zu weg? Zeig, weg, wer der wahre, wer das wahre Plimpfer ist. Terribark als nächstes. Wow. Wow, such wow. Such Terribark. Ja, mit Alter 4 können wir sprinten. Ja, das ist natürlich mega gut. Ja, können wir probieren. Mit Alter 4 kannst du auch deine Pokémon auf der 100 bringen. Aha, so geht das. Ja, das geht jetzt so einfach. Das wollen wir ja nicht. So, ist schön lach. Ich finde es auch geil, bei Reptate gibt dir einfach einen Bitch-Slam mit einfach BAM! Wie aus den Augen. Ja, ne? Ja, aber so lustig. Wieso? Ploppa. Oh, Leute, ich weiß nicht, denn die sind so viele, Carina, es ist so delicious, Marcos. Geil. Das können wir gut noch trainieren. Ja, okay. Das ist echt brutal, diese Shell ist einfach krass. Ja, oder? Diese Shell hat die Ballade einfach von Plimpfer. ja, Plimpfer hat ja auch neut Flosse, das Ballade noch mehr. Ja, jetzt ist klar, richtig schön. Richtig, richtiger Bitch-Slam. Ja. Wow, du bist vielleicht sogar stärker Aber nicht länger als Viola. Aber nicht länger als Viola. So. Power, Gas, Action! Was das ist? Oh, Psi, Haugen! Ich auch. Ich dachte kurz, es wäre Shiny. Geil. Ne, das ist nur die weibliche Form. Die männliche Form bei mir. Ich nehme Superball, weil es blau ist. Das macht einfach nur Sinn. Ja, ich habe Angst, ihn gerade zu töten. Bleib instant drin, bitte. Sonst hau ich dich. Aber würdwürdig. Nein, bricht doch nicht aus dem Superball aus. Der ist doch so schön. Nein, mein Superball. Scheiße. Nein, jetzt muss ich dich den normalen Pokéball fangen und dir vor einen Bitch Slap geben. Okay, Biss. Zwei Bitch Slaps, okay. Zwei Bitch Slaps, zwei Bitch Slaps. Boah, das war knapp. Ja, Psi, Haugen, weiß ich auch nicht. Hatt ich auch noch nie zu töten. Psi, Haugen habe ich auch noch nie. Also, habe ich auch gar keine Erfahrung mit. Gibt es das eigentlich bei Schwerden Schild? Nein, ne? Ich glaube nicht, nein. Da gibt es sehr wohl. Sehr wohl? Sehr wohl ist mega gut. Sieht so ähnlich aus, völlig. Sieht überhaupt nicht. Sieht überhaupt nicht ähnlich aus. Ich habe mich ansatzweise. Ich habe mein Neues sehr wohl gezüchtet. Für bestimmte Kämpfe. Okay, okay. Ja, klar. Alter, der hat keinen Bock auf Pokébälle, glaube ich. Bei mir ist das eigentlich drin gewesen. Du hast ihn gefangen, ja. Bleib im Ball, du Misty! Psi, Haugen. Über das Ausmuster auf der Innenseite seiner Ohren setzt es seine Psychokräfte frei. Da diese aber viel zu stark sind, hält es das Muster bedeckt. Ah ja. Ah ja. Ah ja. Okay, Leute. Psi, Haugen. Was sagt ihr? Wie nennen wir Psi, Haugen? Wir brauchen zwei Namen, Leute. Wir brauchen zwei Namen. So. Was macht der Psi, Haugen? Das ist schon die Weiterentwicklung von Psi, Haugen. Ach so. Das ist natürlich gut. Hm. Ja, da lernst du solide Attacken. Ich hörst doch nicht schlecht, ist doch nicht schlecht, Leute. Psi, Haugen. Meine Animation muss ich doch sehen. Psi, Haugen. Was gibt's denn hier noch im hohen Gras? Ah, noch ein Psi, Haugen. Ah, wer hat das gedacht? Ah, zur Schneider können wir da noch nicht benutzen. Schade. Was kannst du nicht benutzen? Zerschneider haben wir ja noch nicht. Da liegt ein Pokéballer. Uh, ein Grillmark. Nö. Ich hab gerne ein Feuer Pokémon gehabt, ehrlich gesagt. Ja das wär ja gut gewesen,! Also Feuer, äh, Wasser, Pflанze ist natürlich so ne letters. Ja ja, voll. Ist dann relativ gut abgedeckt. Aber das ist ein solides psychopokémon, wenn wir das jetzt nicht trainiert? Var 對, war nee. nach ja oder habe ich gar nicht dran gedacht dass die items dabei haben kein alter rechte hand kratzes überblick mit kein alter ich war mir auch noch keine gute attacke obwohl beziehungsweise gar nicht so schlecht aus normaler tagende ja aber es gar nicht so kacke es ist geil als kratzer schlechter ist jetzt auch keine kunst so aber jetzt auch kein statement zu meiner angriff ist besser als kratzer okay war der item gezeigt okay was haben wir noch den volten so wir halt auch ein gutes pokémon viel gewesen wäre tatsächlich weil wir dafür ein mega stein kaufen könnten von daher ist gar nicht super da müsste generell mal nachgucken so was ist so für pokémon haben ob die nicht eventuell eine mega entwicklung haben was ja also ich weiß dass mit der großen bekannten hat ja stimmt oh mein gott aber gar gar ist es ist im meiden das ist wirklich geil mag es erinnerst du dich noch an deine erste begegnung mit einem astrainer ehrlich gesagt nicht mehr alter mich an mich an die damals mega schockiert weiß noch als ich lieber gespielt habe damals als kleiner bengel und vor dem siebten gym kommt ja ich glaube vor dem jungen werden wir über den fluss fährst oder so dann kommt der erste astrainer und der sei halt schon so special aus und ich dachte mir halt das werde ich nie im leben schaffen so ich war richtig beeindruckt einfach aber lol hier ist der eingang zur siegestraße ja quasi ist quasi wie früher ja dass man auch so verarbeitet bei vertaner city in der nähe hat also diese pokémon lieder sind richtig geil ich bin hier ganz oft ein pipi ist hier stärker geworden das ist hier seitdem hier immer doch im februck und jetzt ja das ist schon nicht verkehrt also solltest du auf jeden fall nicht mit dem drachen gegen kämpfen habe ich leider noch nicht diese diese slabs die hier verteilt haben kratz furie seit wann will ich den kratz furie lernen aber ich glaube hier wird bezieht da komme ich auch nicht unbedingt weiter ja ich wollte hier selbst die eugen braucht halt einfach mal eine psychotheke ich liebe mein gutes altes tanne arnold müssen wir gleich noch mal in der anderen im anderen gebiet ein bisschen trainieren glaube ich jetzt wird das nichts mit dem ist jetzt schon wieder zurückkennen aber nicht mein klub stein ich habe zwei klubs pokémon einfach das ist das gesang nochmal du hättest du hättest einfach stunden nennen können ja ja wer ein guter name gewesen wäre ein guter name gewesen schade dass er dir damals nicht eingefallen ist da warst du noch mit anderen sachen beschäftigt hier nochmal bitte eingeblendet nicht in meinem video nicht in meinem video not again das kam ja am anfang der folge schon ja ich werde mich morgen hinsetzt ich werde morgen wirklich acht stunden lange video schneiden mindestens richtig bock drauf ich muss heute noch terraria schneiden was hast du für pokémon pokémon kämpfen geht es mir hauptsächlich darum mit meinem pokémon zu prallen wow wirklich respekt ja das ist das ja wirklich ein scheinere quasi kaputt das war die pipi gehöre das habe ich nicht gelesen darum geht mir darum mit meinem pokémon zu prallen geil danke dafür 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 da sollte ich auch nicht mit normal attacken um die ecke kommen okay du willst es also auf die mittelschwere harte tour ne das können wir reinrichten die mittelschwere leicht harte sanfte tour wird jetzt wir finden es auch so ein cooles pokémon ja jetzt wird er mich hat man auch schon gekämpft das ist das stärkste was ich auf der route von den trainern gibt zugabe ja zugabe ja was kann mit flint verpasst du bist gesehen zwölf ist doch keine richtige attacke ja das ist echt noch chillig gerade hier so im ersten gebiet hier und im zweiten und erster arena das wird alles noch okay sein ich glaube ich muss auch gleich für die arena würde ich einfach mal so wollen ja sterben gleich acht ich trainiere mein tag noch schnell auf level 20 und denke ich mache uns noch mega mit der cross und dann passt das schon ja das ist schon geil wenn du einmal taten hat weiterentwickelt hast dann hast du echt ein geiles pokémon ich bin auch momentan happy mit meinem klub stein der ist ein guter tank okay darum geht es das die straße sollte sich ja schon bald weiterentwickeln ob sie eugen will konfession erlernen endlich das geht relativ schnell das kommt ja das ist schön ich das kann er auch ich habe das item gefunden es ist ein bisschen rumläuft kann ich auch im gras trainieren weißt du was es hier noch gibt was noch ich sehe der pokémon nehmann fagg stil was aufregel ist richtig gefährlich das ist der naslo killer mit explosion der explosion ja ja da musst du fucking aufpassen ja dann bin ich weg tschüss und kraft koloss haben die auch die in der generation sehr stark sind ja also sonst hätte ich jetzt mein papier eingesetzt aber wenn du sagst explosion dann sage ich die regeln schon generell nicht zu schätzen aber richtig besonders mit explosionen das sagt man ja krieg ist die gar keinen bock da wäre ich jetzt vielleicht fast in mein ende gelaufen ja aber ich meine ist das kommst du wieder mit eisen und repte trainiert sie jetzt mal ein bisschen noch mal gegen membrana holt den mancher raus besser so als andersrum sage ich mal nicht gegen ein schweres pokémon rein schicken du willst mir doch bestimmt allein geld geben ja mal kurz wie du hast deinen namen vergenommen das stimmt ja du ich würde mir ja gerne vor allem pokémon bellen und tränke kaufen aber ich habe kein geld tja das ist immer so das ding ja die ganzen x-abwehr sachen kann man ja auch bekommen jetzt schon die ganzen kleiner so jemals wirklich x-abwehr und diese ganzen x sachen benutzt ne nicht wirklich aber man könnte es in der nasloch-challenge überlege ich gerade ernsthaft drüber nach aber die sind viel zu teuer und viel zu nutzlos finde ich ja ola alter willst du mich verpranken verpranken ich mal willst du mich verpranken mit einem jahr leider ich verprank dich markus ich weiß nicht was du meinst wir haben nicht über dich gesprochen ja so ich will auch ein pikachu pika pika so was sagte die arena hier oder soll ich auf dich warten chris denn wenn du schon so weit bist dann komme ich gleich muss sie nur noch ein valtenso besiegen und dann gehe ich dann mal ins pokémon center und dann geht's los ach jetzt noch die trainer schule kriegen wir eine flinklaue ein neues gesicht ausgezeichnet hier das ist für dich x angriffe das war jetzt nicht dass ich meine höchsten verkaufen x-abwehr kaufen kriegt jetzt alle dinger hier und ich könnte ich verkaufen dann kann ich mir gute hüte kaufen wirklich denkst du an die hüte ich ja hier muss auf die hüte reichen des importen markus erklärte mir was das pflanze schwächer gegen feuer ist und so leute ich rede mit euch in der flinklaue zu bekommen wie in guter alten zeiten enttäuschend hier kann man sich auf die bank setzen kann man ein gutes zum day machen setzt sich auf die bank setzt sich auf die bank wir haben würde ich gesprochen so ist alles gut so sieht dann hier aus ja arnold sieht doch nicht so gut aus okay du hast du nichts gehabt wir bekommen keine finger und so gibt es noch sechs ja gut dann lassen wir zur arena gehen oder erst mal x zeug damit ich das verkaufen kann ich brauche ich brauche bitte ja natürlich frau das geht durch die gegend zu hause ist das ein sagenhaftes gefühl findest du nicht auch habe ich ja weiß ich nicht aber ich glaube nicht aber moment mal aussehen meine müden augen hast etwa gar keine roller skates ich sag dir was wenn du mich besiegt schenke ich dir ein paar ich mach dich fertig okay let's go was ja was denn für linie konnte ein bruder hintergrund ist schön mag mal kutu regel der hintergrund ist nämlich auch im sonne und mond stehen wir vor das ist einfach schon die erinnern einmal konfessionen bauen ist jetzt einmal am zauber in die augen sie ja aber sorge macht auch und schaut ja geiles haben wir wo das gibt es ein bisschen richtig unterwegs ist sicherlich von den ist sie vorhin mit den roller skates die treppen runter ich weiß nicht ob das so gesund ist das wollte ich doch gar nicht naja weg hier wie kann man die ich habe es jetzt mir gesagt ich habe einfach okay y drücken und dann kann man zu fahren ich gehe in die arena rein nur war ja auch wieder eine kunstausstellung und ganz schwer der käfer arena gewesen original okay das habe ich vorhin gesagt markus sei gegrüß zukünftiger champ wie geht es bestehens das wird dann erst aber ja komm ich bin nicht manchmal von dem was geschenkt ich ignoriere den ach das ist die arena ich erinnere mich du erinnerst dich an die arena und hast du spiel nie gespielt doch ich hab die mal gesehen glaube ich weil zumindest kommt mir das design das geräusch oder sehr gefährlich ich hoffe ich hoffe die versicherung ist gut weil du bist einen komplett anderen weg gegangen klein stein okay ist ein felsen pokémon das ist perfekt das ist das ist wirklich sehr gut das ist wirklich amazing da habe ich direkt noch mal plinther raus würde ich sagen haben wir gleich vielleicht weiterentwicklung von plinther da kann markus immer richtig auf voll mir ja stimmt ja beide echt gute typen dafür markus der arena killer so servus hat man die wollen das jetzt nicht einfach immer an der wahrscheinlich schon dort sehe ich nicht du hast habe ich gemacht sieht auch so scheinbar aus dieser rund und jetzt nicht scheinen ja es sieht so aus aber er sieht so aus gibt es einfach nicht auch noch eine menschen davon gibt es auch eine menschen variante ist auch mega aus aber ist der gestein weiß ich bin ich noch ein ich dachte zornklingel ja bitte markus so bitte er lernt von klingeln markus so bitte markus so ich hoffe ich habe das nicht vergessen hier beim dritten random weisen mit dem mit den aränen so schade denn einfach so in dem pokémon oder wie ja wenn du wenn ich vergessen hätte ich hoffe ich hoffe ich bin interessiert aber wenn es jetzt das stimmt so hatte ich leute ich guck ganz kurz kreifen war normal pokémon ja das ist vielleicht jetzt noch bis 6 dazu was vertraut wenn es einfach man schwer sprechen aber dafür habe ich mein gutes plan pyro tempo und da schon geil das tempel ich könnte auch die stelle erinnern damit machen aber ich glaube das würde nicht gut enden als der bild wo man nicht schneller ist obwohl tempel bisher hat der priority plus 1 oder plus 2 oder so wow ist er nicht getötet wenn man den kratzer tötet schon dann doch nicht level auf level auf nicht schön auf könnte sich auch level 15 sehr gut schnabel schnabel ich habe so bock auf den stand für mich wenn ich jetzt ein blöd von mir ok ich ziehe weiter kommt man das früher und später ich habe so die letzte trainerin du bist mir hilflos ausgeliefert der schutz ist jetzt stört gehören wieder gelatini ja du hast wirklich ja alles und so ist das ist jetzt kann ich sagen das ist ein eis pokémon ist ein arm hoch da ist es mir aber relativ egal weil ich habe ja ein büro das schnabel ist ballert auch gut rein was hat das gemacht ist eine verteidigung steigen werden sehen wie es ist wenn du verbrennst was ist das gestein ja gesteinkampf ne wüsste und wüsste so makuso bitte makuso muss jetzt regeln makuso jetzt nicht regelt markus ich sag's dir dabei klubber regelt auf jeden fall doppel kick op gott ok ok b Outside Mode doch gar nichts das tag die um länge der schmecken der da ist es nicht gelassen dazu was hast du zu bieten sehr angespannt ja sehr gut genau danach suche ich ist es vielleicht sogar das erste mal dass du dich in einer arena versuchst wirklich sehr gut enttäuschung im angesicht der niederlage eignet sich ebenso gut als fotomotiv wie die freude im augenblick eines sieges möchtest du damit impliziert dass ich verliere auf meiner seite was willst du weißt du was dich erwartet denn hier komme ich die miche lasst versuch das war beteil klar zu lernen das ist geil alter das ist natürlich sexy sie wohl aber auch keinen mehr mobile arena keine keine erinnert an den man sich erinnert aber das ist überhaupt kein problem denn ich habe eine kippe attacke ja dann müssen wir das ganze doch anders regeln würde ich sagen oh ja leute jetzt kommt erkannt ich einfach nur die pokémon musik mit mehr metal also die normale kampfmusik mit mit metal das kann gut sein ey weißt du was jetzt geleakt wurde auf twitter das fand ich so krass die kampfmusik von koronospa ist einige schneller abgespielte version von dem trainer battle theme in diamant und perl ich glaube die machen das ganz oft die nehmen diese teams die sie schon haben und ich bin die schneller oder langsamer ab und machen vielleicht anderen ja man könnte das nicht schon wieder voll der hint sein ja man kann auch man kann auch sehr viel trafizieren markus panferno überlebe überlebe das battle der giganten scheiße panferno das hat schon übel alter ich weiß auch gar nicht was gegen panferno machen soll ja nicht ja schwierig ich glaube ich nehme einfach mein eigenes band büro ist jetzt feuer kampf da muss ich schon ausdrücken dann muss das band büro regeln zwar machen papier schwierig das ist immer die ot an oder so aber klingt geil wow du nein ihr du und dein plimpern ihr seid ein tolles team jetzt schon das heißt nicht gelast ja sehr gut genau danach suche ich bitte das habt ihr euch verdient oh yeah wir bekommen einen kieferorden dafür dass ich panferno gerade besiegt habe den krabbelorden und wir bekommen die tm plage naja das war okay dass das panferno kann wirklich gar nichts alter kratzer als überblick verhöhner oh leute bekommen wir im backstage bereich backstage passieren immer die schönsten sachen auch das ist ein trap oh no oh 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 oh